Okay, Leute. Wir machen weiter und ich weiß jetzt schon, dass ich gegen einen von den beiden verlieren werde. Oh mein Gott, nein, ich will nicht. Yay, Siegfried. Hallo, Siggi! Ach du Scheiße, nein. Ich habe bereits von dir gehört, Conan. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Nö. Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen. Doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga hier, Conan. Ja, ich weiß, aber ich kann es trotzdem versuchen. Nein. Wo habe ich nochmal... Ah, da habe ich Speed-Taste. Garados, ich wusste es. Hallo. Also ein Kapador wäre mir lieber, aber okay. Oh, 56 Droh. Ja, super. Es fängt schon super an, ey. Jetzt muss ich mal wieder... Jetzt muss ich gut vorbereitet sein, ne? Drachenwut, das ist nicht gut. Schockwelle. Donner hat keine große Treffchance. Ich probiere es einfach mal so. Yay. Das ist sehr effektiv. Das ist gut. Scheine 2568. Ja, ja. Dragonia. Drachen-Pokémon haben, glaube ich, keine Schwäche. Ich weiß es nicht mehr. Ich wechsle aber trotzdem... ...lieber, denn... ...ne... ...dragonee. Oh my God. Okay, ich finde Dragonia toll. Dragonia ist paralysiert, aber von den ganzen Gegnern hier ist... ...Garados immer noch das... ...schwächste. Yay, Schockwelle. Erstmal paralysiert, das ist schon mal ein guter... ...anfang. Wow, das ist nicht so effektiv. Warum? Ich hab dich doch paralysiert. Nein, nicht sterben, nicht sterben. Zu spät. Okay, das ist nicht so effektiv. Aussendenlos, Joki. Mach ihn platt. Dragonia ist vor Erschöpfung verwirrt. Das ist... ...besser kann es doch momentan nicht laufen. Ich muss hier aber wirklich aufpassen, was ich tue. Bei Dragonia... ...ne, ne, ne, Dragoran. Hadda. Bei Dragoran... ...is... ...wow. Ja, greif dich selbst an. Los. Yay! Das ist toll. So muss das immer laufen. Boah, wie, was? Ich wusste es. Ja, aber wenigstens setzt er dann keine Top-Genesung bei, ähm... ...Dragoran ein. Und das ist schon mal was wert. Yay. Circa die Hälfte. Team wird von einem Schleier umhüllt. Das heißt wahrscheinlich, dass ich... ...keine... ...ä... ...keine Statusveränderung machen kann. Nein! Oh, Hyperstrahl. Nein! Das ist schlecht. Joki, du überlebst das. Danke, du bist der Tollste. Ah. Ich weiß aber nicht, was... ...Batteriefassler, ja? Ich weiß. Man, iPod beschwert sich. Mit Level 52 ist das nicht so toll, hier rumzugammeln. Das Nächste wird Aerodactyl. Das ist einfach, einfach. Weil... ...Siggy und so. Heh. Warum ist meine Maus im Bild? Das ist scheiße. Wenn jetzt die ganze Zeit... Wo ist meine Maus? Nie. Wenn jetzt die ganze Zeit war, da hab ich ein Problem. 58. Das ist... Blizzard. Antik-Kraft. Was ist das? Egal, wir machen es trotzdem platt. Tüdelü. Das ist sehr effektiv. Ich weiß. Bodyguard von Gegner lässt noch. Mach Aquarelle. Ja, Hyperstrahl. Ey, wie gemein die sind, oder? Das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Aber Sigi kann trotzdem gewinnen. Denn Sigi ist toll. Aber erst schick ich... Nein, wer kommt jetzt überhaupt? Wahrscheinlich Dragonia. Ja. Ja. Äh. Hä? Blizzard, los. Du kannst ihn vereisen. Du vereist ihn. Ich bin da ganz sicher, dass du ihn vereisen wirst. Yeah. Oh mein Gott, Sigi ist wirklich der Beste. Tö, 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 tö. Sigi erreicht er bei 58. Okay, Drachen-Pokémon sind schwach gegen... Das wird jetzt nicht so einfach. Oh ne, tut mir leid, aber ich muss dich opfern. Verzeih mich. Dragoran. Dragoran wird wahrscheinlich das... Ohohoho. Was? 60? Okay. Erstmal wird Sigi gehalten. Shine ist leider besiegt. Setz Hyperstrahl ein und beeil dich. Ja, ist gut. Wow. Okay. Ich hätte am besten Shine in den Kampf schicken sollen. Aber mein... Nein! Das glaube ich jetzt nicht. Egal. Dragoran muss ich wieder aufladen. Das ist nicht so effektiv. Ich opfere hier alles. Genau, setzt Bodyguard ein. Und zwar... Beutel... Wo ist mein Top-Ather? Api wurden wieder aufgefüllt. Das ist gemein. Muni wird jetzt wahrscheinlich auch sterben. Nein, noch nicht. Äh, ich habe aber kein... Verdammt. Nein! Beleber. Los, Shiny. Shiny. Bye. Yeah, yeah. Wutanfall. Das heißt, du wirst wahrscheinlich wieder verwirrt werden. Oh, wie ich hier alles opfere. Los, du bist schneller. Nein! Ach, kacke Bodyguard. Okay. Okay. Das war doof von mir. Ich verliere. Aha. Ein Vorteil habe ich, wenn er keiner Genesung einsetzt. Dragoran ist verwirrt. Er greift sich vor... Er hat sich loslos... Ja! No. Los, Sigi, du kannst es schaffen. Du schaffst es. Du schaffst es. Yeah! Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Okay, Siegfried war wohl auch nicht so schwer. Spielerbesieg. Top 4 Siegfried. Es ist vorbei. Unfassbar. Du bist wahrlich ein Pokémon-Meister. Conan gewinnt 6.000 Poké-Dollar. Es ist kaum zu glauben, meine Drachen sind an dir gescheitert, Conan. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es, aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Luxus. Ach, welche Überraschung. Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Ah, das freut mich ja sowas. Erstmal wiederbeleben. Und ja, Onya brauche ich... Onya ist eigentlich fünfte Rad am Wagen hier. Weil normal Pokémon sind in der Pokémon-Liga nicht gerade toll. Aber ich finde das so da... Nein, Schein ist ja auch noch tot. Das ist doof. Wenn ich mich nicht täusche, setzt er ganz am Anfang. Doch, sein Taub-Boss ein. Äh, Top-Trank. Ich hab nicht mehr viele. Das ist schlecht. Ich glaube, das ist... Nebendran geht der Wecker meines Stiefvaters. Und es nervt. Okay, ich mach Anschnitt. Das ist richtig, ganz gut. Und... Und... Und...